Wir sind mehr! Liebe CDU und liebe FDP, jetzt ist nicht die Zeit für parteipolitische Grabenkämpfe, plumpe Hufeisentheorie und persönlichen Wahlkampf. Jetzt ist die Zeit für einen Schuldanschluss aller demokratischen Kräfte. Jetzt ist die Zeit, das haben wir schon der Pfanne wohl ernst gemacht. Nie wieder ist jetzt! Da haben sich Menschen getroffen, die Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde und jeden Anstand einfach nur verachten. Wenn man solche Analogien mit so brutaler Skrupellosigkeit sucht, dann muss man auch das analoge Wort für die Beteiligten benutzen. Nazis und Faschisten! Und wenn wir Demokraten hier jetzt nicht gemeinsam dagegen aufstehen, dann verlieren wir. Wir sind die Mehrheit und wir lassen uns von diesem braunen Müll nichts aufoktuieren. Zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Wir warten noch ein paar Minuten, dass noch ein paar Leute hinten nachhüpfen können. Alerta! Alerta! Antifaschister! Alerta! Wir legen über den Tellerrand hinaus, wagen und uns international mit den Genossinnen solidarisieren im Kampf gegen Faschismus und gegen reaktionäre Tendenzen. Hoch! Sie! Internationale Solidarität! Internationale Solidarität! Die Antifaschistin! Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben eine beispiellose Hetzkampagne. Wohlstand und sein Reichtum nicht nur durch die Ausbeutung der... Sie Kluten haben übersetzt ebenso. Gratul von Wehm ist eine travaille Society. So Clint auchMaane und das ist ein levantes Land. Wie viele denn in unserer języh curve schon нас Deus? Ja, wir wollen sie zwar identifizieren, Bis zum nächsten Mal.